hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen folge hier aus dem landwirtschaft simulator 22 ja leute ja meist es reicht den werden wir heute mal ernten haben wir schon hier unseren region packen wir mal aus gute stück wir sind auch ein falschen mensch und geliegendem malu und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich wusste Ach! Es ist ein Möbel. Ah, Mann, Mann. Machen wir mal ein bisschen größer. Ah, Mann. 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 doch machen wir so doch dann kann man hier nämlich reinfahren hier einen Notfall rumfahren guck ich ihn nicht rein so hier habe ich das genommen hm ja Ah. ja so ein gebimsel hier ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Ich würde auch noch nicht funktionieren Wegen die Dresche und sowas Ja, so würde es passen Wir müssen aber die Rümen unternehmen Wir müssen die Rümen unternehmen Wir müssen die Rümen unternehmen Schauen wir mal So Schauen wir erstmal an die Rümen Aber So aber Das soll es erstmal hier mit dieser Folge für heute gewesen sein Dann sage ich mal Tschüss Denny Und Tschau Li Tschau 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 Tschau